Kommt bald das Ende der gesetzlichen Rentenversicherung. Wie schlimm steht es wirklich um die gesetzliche Rente? Hubertus Heil sieht dringenden Handlungsbedarf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten kürzlich zum Thema, wie sieht es mit der finanziellen Zukunft der deutschen Rentenversicherung aus, ein Video veröffentlicht und haben dort schon mal auf die ersten Probleme hingewiesen. Wir sagen es ja schon seit Jahren, dass die gesetzliche Rente dem demografischen Wandel unterlegen ist und wir aber nicht den Eindruck haben, dass die Politik hier tatsächlich reagiert. Und was ist da nicht alles von der gesetzlichen Rentenversicherung zu hören? Uns geht es finanziell gut. Die Rücklagen sind gesichert, die Beitragseinnahmen sprudeln nur so voller Freude vor sich hin. Also weitermachen wie bisher. Mit einem ganz großen Fragezeichen natürlich versehen. Die Wahrheiten könnten vielleicht ganz woanders liegen, meine Damen und Herren. Millionen Babyboomer gehen in Rente. 1,8 Millionen freie Stellen aktuell im Jahr 2022. Bis 2035 prognostizieren Arbeitsforscher sogar sieben Millionen freie Arbeitsplätze. Arbeitskräfte fehlen jetzt schon an allen Ecken und Enden. Und man staunt, die Zuwanderung soll es wohl richten. Und auch verbesserte Altersarbeit und auch verbesserte Arbeitsbedingungen für Frauen. Nicht zu vergessen die Transferleistungsbezieher, die jetzt mit dem neuen Bürgergeld verbessert oder besser in den ersten Arbeitsmarkt transferiert werden sollen. Was bei Hartz IV nicht geklappt hat, soll jetzt bei Bürgergeld sozusagen ab 2023 besser werden. Und wir haben es am 2.12.2022 von höchster Stelle jetzt mal zu hören bekommen. Hubertus Heil will mit einem neuen Gesetz das Absicherungsniveau der gesetzlichen Rente in Deutschland dauerhaft stabil halten. Wir haben etwas zu tun, denn die Herausforderungen, die jetzt vor uns sind, ab 2025, sind unbestritten riesig. Sagte Heil am Freitag bei einer Veranstaltung der Deutschen Rentenversicherung in Berlin. Die Babyboomer werden 2025 fortgeltend in Rente gehen, die geburtenstarken Jahrgänge, die vor 1964 Geborenen. Erstmals sagt Hubertus Heil etwas, was der tatsächlichen Wirklichkeit entspricht. Wir werden sehr, sehr viele Menschen haben, die in Rente gehen und die Rentenkassen dann auch weiter oder noch mehr sogar belasten werden. Wir werden auch viel weniger Einzahler haben. Aber das war ja das, was Hubertus Heil eben nicht gesagt hat. Und deshalb sollen nach dem Willen von Hubertus Heil unbedingt die Selbstständigen ab 2023 in die gesetzliche Rentenversicherung mit aufgenommen werden. Die Planungen dazu sind ja schon seit Jahren bekannt, aber bis jetzt ist da nichts passiert. Immerhin geht es hier um drei Millionen Menschen. Seit Jahrzehnten warnen Altersforscher vor den Folgen der Demografie. Die unbestrittene Wahrheit ist, dass wir als Steuerzahler ab 2023 der gesetzlichen Rente im Jahr 2023 sage und schreibe 112 Milliarden Euro an Alimente zahlen müssen. Ohne den Bundeszuschuss wäre die gesetzliche Rente schon längst pleite und das wissen alle, meine Damen und Herren. Auch in Berlin, die, ich sag's jetzt mal, die Oberhäupter der gesetzlichen Rentenversicherung wissen das, dass ihr Laden ohne den Bundeszuschuss schon längst pleite wäre. Der Zuschuss steigt und steigt. Auch die Kosten für die Beamtenpension laufen sozusagen aus dem Vollen und aus dem Ruder. Für alle, die die Worte des Bundesministers Heil lesen oder auch verstehen, was er nicht auszusprechen gedenkt, ist erkennbar, dass es der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn nichts getan wird, tatsächlich an den Kragen geht und deren finanzielle Existenz infrage gestellt wird. Allein mit Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rente kann diese ihre übertragenen Aufgaben überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Dazu braucht sie noch den Bundeszuschuss. Die Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid24.de appellieren an die Politik. Schaffen sie endlich eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, für die alle oder in die alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes einzahlen. Das ist eine dringend notwendige Maßnahme, die ja nicht nur wir fordern oder ich fordere, sogar der höchste deutsche Sozialrichter am Bundessozialgericht, der Präsident des Bundessozialgerichts, Herr Schlegel, hat das jüngst gefordert. Alle sollten einzahlen, auch die Beamten. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass Bürgerinnen und Bürger hier in einer Art Zwei-Klassen-Altersversorgung abgesichert sind. Eine dringend notwendige gesamtgesellschaftliche Antwort auf die demografischen Folgen der Alterung in unserem Land. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.